Trage mich in die Todesstachel, mein Freund. Trage mich erneut in die Todesstachel. Ach, komm. Was mach ich denn? Wow, ich bin dazu unfähig. Ich bin... Nein. Nein. Das war uns fast schon gut, aber im Prinzip gar nicht. Das wird auch erklären, warum ich hier 3.20 Minuten für mich verarschen spiele. Das ist ja dann die Zeit, die ich brauche, um hier runter zu rutschen. Das heißt, muss ich wirklich mal ein neues Gamepad kaufen. Der Stick ist auch schon so ein bisschen ausgeleint. Hört meine Freundin auch mal. Hört meine Freundin. Ah. Vielleicht laufe ich einfach noch ein paar Mal los. Hm. Stimm mich zu, ist alles wüge. 2.20. Hey. 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 Jetzt müssen wir mal nach hier links runter. Also müssen sie das nicht, aber... Dann geh ich hier gleich wieder hoch. Okay. Danke spielen. Daher gleitest du mich. Du hast. Oh Gott. Oh Gott. Gott. Du kannst ein Spiel machen, das viel schlimmer ist als das hier. Ich werde es nicht testen. Ich werde noch mehr Stacheln reinbauen. Ich werde Stacheln reinbauen, die hier rein zu sehen. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich möchte weinen. Es sitzt. Ich muss doch die Oma sagen. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat sich gedacht, hey, über den Speed dran, ne? Da könntest du doch mal das hier nachspielen. Moment. Ich soll das ohne Tode schaffen. Beim ersten Versuch. Oh Gott. Ich hatte aber mein letztes Mal eine halbe Stunde oder so gebraucht. Ich will wenigstens einen. Ich hoffe, ich habe ihn tringelt übersehen. Oh Gott. Nein. So schwer ist das auch wieder nicht. Ich bin dafür, dass du das mal spielst. Ich schicke dir meinen Safe-Game. Dann kannst du das mal spielst. Das Problem ist ja nicht nur, dass man es schaffen muss. Man muss es ja praktisch beim ersten Mal schaffen. Also wenn man einen V-Rang haben will. Das Schlimme ist, man kann hier sicher nicht mal irgendwie sagen, ja, ich drücke meine Tode an, wie das geht. Zum Beispiel, wenn ich Portal 1 sagen würde, ich möchte alle Archive-Fans machen, dann könnte ich mir einen Guide im Internet drunter laden. Wo ich dann sehe, wie ich das mache. Aber das geht hier ja nicht, weil... Der Guide hilft mir ja gar nicht. Uff. 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 Nein, ich möchte weinen. Warum mache ich das jetzt ein zweites Mal? Das ist völlig sinnfrei. Ich habe schon beim ersten Mal nicht lang gebraucht dafür. Hoi, hoi, spiele ich nächste Woche nicht einfach Super Meatball, das ist auch schön schwer. Ich habe das Spiel nicht. Ah, das gibt es günstiger. Ich gebe dir einfach zu, wir machen einfach mal dieses Familiendings da, wo man dann auf die Spiele des anderen zugreifen kann. Ich finde, das sollten wir mal machen. Damit der Fino dann auch mal Livestreamt und dann auch mal Spaß hat. So wie ich gerade. Ich habe ganz viel Spaß. Könnt ihr den Spaß hören? Könnt ihr ihn fühlen? Wie er drückt im Gesicht? Das ist die Spaß-Faust, die er ins Gesicht drückt. Spaß! So sieht Spaß aus! Spaß! Der muss richtig drücken im Gesicht der Spaß. Spaß! 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 Ich habe Spaß! Ich habe Spaß! So viel Spaß! Ich sollte mal Kaiser Mario spielen, da habe ich mir bestimmt noch mehr Spaß. Halt der Spaß! Scheint mir aus nem Arsch! Oh Gott, auch sehr schwer am besten auch noch. Oder gleich im Puzzle, bis ich es durch gespielt habe. Danach spiele ich Megamendor Constance, die im Hard-Mode, die schon mit Megamendor 7 völlig überfordert war. Noch mehr Spaß. So viel Spaß. Nur Massenmode zu begehen ist noch lustiger. Ich mach das jetzt, damit ich da am Schluss ein Arang oder was bekommen kann, bestenfalls. Wenn nicht noch schlechter. Und danach spiele ich noch I wanna be the Boshi. Und I wanna be the Fangame. Und dann spiele ich auch ganz viele Mario Hex. Und dann kaufe ich mir eine Wii. Dann kaufe ich mir noch Mario Maker und spiele da noch ganz tolle Hex. Und dann kaufe ich mir eine Schrotflinte und spiele damit noch Hex. Ja. 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 Ich kann die 3 Minuten 20 schon sehen, die ich hier brauche. Ich habe irgendwie plötzlich das Gefühl, dass der Entwickler sich gesagt hat, ich mache das so stückweise, schreibe da meine Zeiten auf und dann passt das schon. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht wundern. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwo einen Shiny übersehen und kann gar keine 5 einen Willkommen Ich könnte mal versuchen, so andersrum Ich glaube, wir versuchen, ihm was Gutes zu spielen 30-20 Sind gut geschaffbar Ja Dumm ist, ich habe 3-20 als Part Ich habe 3-20 als Part Wird nicht besser mit der Konstellation Ach komm Leck mich Jetzt komme ich nicht mehr hier raus Also, wir machen halt nur Bier an oder was auch immer ich bekomme jetzt noch Wenn ich es dann nochmal irgendwann schaffe, da hin zu kommen Zu früh Zu früh Wenn ich es dann eine andere Frage bringe So Ach Gott, war da hinten auch noch Ach Gott, aber dieses andere Trinket noch Moment Äh War sich irgendwie abgeschlossen, dieses Trinket War das regulär nicht so, dass das geschlossen war? Oh Wächst sich da gerade fast? Das war doch dicht Man muss sich doch extra nachschauen, wie das ist Wichtig Also, damit man nicht sterben kann Ah Ja Ich werde nur eintrinken B Ist B das schlechteste? Kann das sein? Gut So, wir haben V, B, V, B, A, A Ich brauche mindestens S für Dings Wie ist das Game in Flip Mode? Wie ist das denn? 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 Ah, die Textboxen sind nicht falsch rum, schade Was für Was für Hm Ja, es ist Was für Ja, es ist Okay, mal gucken, ob ich das mit weniger als Was ist da oben Achso, da ist das Shiny Trinket Das Shiny Trinket ist es Ein ganz neues Spiel Ja Tee Für Teezeit Tee Für Teezeit Tee 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 Was ist da so auf eine Maske? Ein Auto? Tod Nummer 3 Tod Nummer 4 Geil Das sind 150 Tod Nummer 5 Bleiben sieht es schwierig aus Wow Wo ich den V-Rank habe, stelle ich mir so scheiße an Ja Warum machen denn die jetzt sowas? Zumindest ist der nicht aktiv gewesen Nein Ja, krieg dich doch Äh Das ist das Ende Level completed Ich finde auch schön, wie selbstständig die irgendwas machen Ja Ja Ich finde das ist jetzt einfach nur Ich muss die Gewächse und so wissen hier raus Ja So, da bin ich schon Ja, ich bin nur wieder mal dumm Ich würde sagen, das reicht dann für heute Nur auf der letzten 13 Ich muss das durchspielen, damit ich Oh Gott, jetzt ist auch hier der Switch-Mode an Und Flip-Mode komplett So, was wäre das billigste So, was wäre das billigste? 500, 250, 150 Vielleicht schaffe ich die 500 Aber die mache ich nicht mehr heute Also Ja, das war's für heute Mit So vielen Vs Fickt euch alle Ja, das schaut man nicht mit V Aber egal So, wiedersehen Bis zum nächsten Mal S Lass mich hier raus Warum macht man das mit Leertasten? Egal, tschüss